Heute nun also ein ganz besonderer und gern auch großer Moment der MV Werften. In Wismar wurde nämlich das erste und zugleich luxuriöseste Flusskreuzfahrtschiff an die Reederei Crystal River Cruises übergeben. Und das Objekt der Begierde, um das es schließlich geht, zeigen wir euch jetzt. Untertitelung. BR 2018 BR 2018